hi friends ein wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu dem ich glaube am meisten erwartet ein video von euch und von mir catrice x maxim geht in die zweite runde und dieses mal komplett anders als ihr erwartet habt und ich bin unglaublich happy dass ich endlich mit euch darüber reden darf es ist soweit ich habe mich erneut mit catrice zusammen getan und wir haben eine wunder wundervolle kollektion zusammen herausgebracht zusammen entwickelt und ich bin der ja ich glaube stolzeste mensch gerade auf dem ganzen planeten und ich möchte mein glück heute mit euch teilen um euch die kollektion einmal vorzustellen denn vielleicht erinnert ihr euch vor zwei jahren kam dieses schätzchen raus es war ein game changer für mich es war ein game changer für euch und auch für catrice natürlich die erste co creation mit einem creator zusammen und wir waren so happy mit der ersten palette dass wir gedacht haben komm wir machen eine zweite runde und diesmal eine ganze kollektion und ich glaube ihr seht es ich strahle vom einen zum anderen ohr let's go zuallererst wie immer wenn ich launch videos mache ihr könnt euch nicht vorstellen wie nervös ich die letzten wochen vor allen dingen war und wie wie emotional das ganze immer noch ist für mich denn wir haben an dieser kollektion wirklich sehr sehr lange gesessen es gab natürlich höhen und tiefen aber wir haben es geschafft und die kollektion ist jetzt verfügbar einige von euch haben sie natürlich schon entdeckt und haben auch schon die ersten looks damit gemacht ich freue mich riesig darüber und zuallererst natürlich auch noch mal ein danke an euch ein danke an alle creatorinnen und creator aber natürlich auch an das catrice team verena meret elise dass ihr euer ganzes herz in diese kollektion reingesteckt haben und ich würde vorschlagen wir starten weil wir haben wirklich viel zu besprechen in diesem video die kollektion ist ab sofort erhältlich ich schreibe euch unten alles hin denn diesmal ist es ein bisschen anders das letzte mal diesmal ist es überall also wirklich überall deutschland österreich schweiz mianmar spanien international ist diese kollektion verfügbar nicht nur vor ort in euren drogeriemärkten und in euren liebsten läden vor ort sondern auch natürlich im internet und alle retailer und alle pio es ist alle point of sales schreibe ich euch unten in die kommentare und das ist für mich natürlich eine so große wertschätzung dass catrice mit mir zusammenarbeitet natürlich aber auch dass ein retailer sich traut mich in den laden zu stellen und ich schlage vor wir starten das herzstück der kollektion ist selbstverständlich die neue lidschatten palette ihr erinnert euch an die erste die im selben format kommt wir haben das logo nur ein bisschen geändert und ein bisschen angepasst an das was mir wichtig war und ich zeige sie euch direkt einmal von innen so sieht das schätzchen aus das ist maxim in colors wir haben überlegt was wollen wir mit dieser kollektion aussagen und wir haben überlegt okay wenn man nicht in eine lidschatten palette rein bringen würde was kommt dabei raus und das ist eins zu eins dieses schätzchen rausgekommen ich zeige euch auch gleich nach und nach die einzelnen farben ich swatze euch dass ihr wirklich die farben sehen könnt denn wir haben hier auch noch mal eine ganz besondere formulierung mit hyaluron drin wir haben matte shades wir haben shimmer shades wir haben ganz 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 cremige shades die so ein bisschen ja schon fast in die cremige richtung gehen und wirklich viele verschiedene texturen und farben ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben dass es jetzt soweit ist es gab wirklich viele ups und downs ich erzähle euch das auch noch mal am mittwoch im nächsten video wie die kollektion entstanden ist ich habe natürlich wieder alles mit gefilmt die letzten jahr das letzte jahr über und und dann zeige ich obwohl die palette schon immer gesehen habe auf welchen fotos bei mir bei instagram bei tik tok denn die palette nutze ich schon ewig und das ist das was mir am wichtigsten war ihr erinnert euch an meine erste palette ein sie sieht wie mitgenommen sie ist ein favorite von mir aber ich wollte danach eine palette haben zu der ihr wirklich jeden tag greifen könnt hier sind natürlich farben drin für den alltag aber natürlich auch so ein paar knaller shades das ist ein hingucker und ich wollte aber in der zweiten runde etwas haben was so perfekt für den alltag ist dass ihr damit braucht nichts anderes außer diese lidschatten palette um eure augenbrauen zu machen um blush aufzutragen um um ihr könnt alles damit machen und ich wollte dass ihr jeden tag diese palette nutzt damit ihr das meiste aus eurem produkt rauskriegt in der palette sind 18 farben mit drin und ihr denkt euch wahrscheinlich in der kamera kommt es gar nicht so krass rüber dass einige brauntöne mit drin sind das sind tatsächlich aber komplett unterschiedliche töne wenn ich sie euch swatcher wir starten mit der ersten farbe luna das ist ein ganz ganz toller cremiger weicher ton schaut euch bitte das pigment an und hier packe ich euch einmal die farbe luna hin super deckend um eine cut crease zu fixieren um ein highlight unter den augen zu setzen funktioniert perfekt damit freunde die sache durch oder einfach um die base zu fixieren wir haben die farbe crema das ist ein richtig schönes ja grünliches gold auch die ist perfekt um so einen richtig schönen seidigen touch hinzukriegen den ton trage ich auch tatsächlich hier auf meinem beweglichen lied und zu guter letzt die farbe 5 am ihr wisst es wie früh ich jeden tag aufstehe ein unglaublich cremiger dunkler deckender sehr sehr deckender ton der aber nun zarten schimmer dran hat also ich wollte ganz dunklen kühlen braunton haben den man auch gut zum verblenden und zum abdunkeln haben kann der hat wirklich nur so einen ganz zarten hauch an gold der nächste ton ist in die es und ich erzähle ich auch noch mal was zu den schaden haben das ist ein sehr sehr schöner recht warmer schimmer ton den ihr perfekt nutzen könnt um eure cut crease zu ziehen den könnt ihr schön als highlight benutzen auf eurem gesicht auf den augen als inner corner highlight und ihr seht wie cremig der ist also ich habe immer noch extrem viel produkt an dem finger ich könnte wirklich rüber gehen und wenn ihr die palette swatch ihr werdet den unterschied auch noch mal merken zu der ersten die schatten palette weil wir noch mal an der formulierung gearbeitet haben dass sie noch cremiger ist noch pigmentierter und dass ihr einfacher damit arbeiten könnt die nächste farbe und das war auch die inspiration für diese kollektion ist die farbe forest ihr werdet vielleicht schon mal gehört haben von mir ich bin im wald aufgewachsen mein opa war förster und ich habe ganz ganz tolle erinnerungen und das sollte so ein bisschen eine homage an mein opa werden ein sehr sehr mattes dunkles gesättigtes olivgrün was schon fast in die moosrichtung geht ihr seht das der finger ist immer noch voll ich könnte damit noch zehn swatches machen aber ich glaube einer meiner liebsten farben aus der palette ist die farbe 1806 das ist ein multidimensionaler schimmer also das ist nicht ein klassischer cremiger schimmerton wie beispielsweise nda sondern der hat so goldene reflexe mit drin und ich packe ihn mal direkt daneben ihr seht der ist noch ein stückchen dunkler als forest hat aber wunderschöne goldene reflexe mit drin und es ist so ein schöner ton den ich so auch noch nie gesehen habe und auch diese dreier kombination ist schon wieder so vollkommen und ihr kennt mich mittlerweile wenn ich produkte entwickelt dann möchte ich dass sie sehr sehr einfach egal ob ihr anfänger oder profis seid dass sie sie sehr einfach anwenden könnt und deswegen seht ihr auch immer die anordnung der farben ihr könnt entweder von links nach rechts gehen von oben nach unten ihr könnt diagonale looks machen ihr habt ihr habt hier ein look ihr habt hier ein look ihr habt hier ein look hier hier und hier ihr könnt horizontal ihr könnt vertikal gehen und vor 1806 ist tatsächlich auch der geburtstag von meinem opa der im wald gelebt hat der first da war und ich dachte es passt einfach perfekt und ich liebe diese farben ihr habt sie vor monaten ich glaube im januar schon auf meinem gesicht gesehen da hatte ich die samples noch drauf und oh wow ich fühle mich so gut das euch gerade jetzt zu zeigen schaut euch das bitte an habe ich euch überhaupt schon den preis gesagt 14,99 come on die nächste farbe ist signature und das ist ein sehr sehr schöner cremiger matterton der aber ein bisschen kühler ist ich swatch ihn euch einmal hier hin da seht ihr ihn der geht so ein bisschen in die latte macchiato richtung und wenn ihr mich schon ein bisschen kennt dann wisst ihr dass ich es liebe braune shades zu benutzen ich habe ewigkeiten wir haben wirklich lange in dieser farbe gesessen damit die farbe wirklich genau die farbe ist die ich wollte ich wollte nämlich dieses perfekte transition shade braun haben und das ist ihr wisst gar nicht wie schwierig es ist und das ist die perfekte transition shade ihr könnt die farbe tatsächlich sogar als matten bronzer benutzen trage ich heute ihr seht jetzt nicht weil ich so hat so rot benutzer aufgeregt bin perfekte perfekte bronzer in zwischen shade farbe ich packe euch mal rumors und truth daneben dass ihr wirklich diese dreier kombination habt dass ihr seht dass das ganz unterschiedliche farben sind rumours wie viele gerüchte ich schon über mich gehört habe es ist wirklich unglaublich das ist ein wesentlicher wärmerer ton der in die kamel richtung geht und wir haben zu guter letzt die noch so ein bisschen rötlicher ist die es geht so ein bisschen mehr in die orange richtung rein ich hoffe ihr könnt in der kamera erkennen ich packe euch das aber auch noch mal in einer nahaufnahme rein die sind komplett anders wir haben einen kühlen ton wir haben einen neutralen ton und ein sehr 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 warm schon fast orangenen ton wenn sie in der hand habt dann seht ihr den unterschied in der kamera kommt es immer recht schwierig rüber aber es sind drei komplett unterschiedliche töne mit denen ihr je nachdem welchen look ihr haben wollt auch ganz viel machen könnte ich weiß braun töne sind sehr 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 beliebt und ich liebe sie auch zurecht denn man kann damit jeden look noch mal so ein bisschen anpassen ich gehe weiter zu work und work ist ein richtig cremiger metallic kupferton schaut euch bitte ein cremiger richtig also das ist true copper also so ein richtig kupferner ton und die inspiration dafür war tatsächlich auch die kappe der ersten palette das ist ja auch so ein kupfergold gewesen und ich wollte noch mal die alte palette in die neue palette mit reinbringen und das ist dabei rausgekommen wir haben auch noch fairy tale und fairy tale ist so ein sehr emotionaler ton für mich weil ich glaube dass das ganze was wir uns hier gemeinsam aufgebaut haben fast wie ein wunder ist wie so ein märchen und das ist so ein richtig schöner gräulicher lilaner rosé so ein richtiges altes rosé was sehr 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 edel auf der haut aussieht ein bisschen weniger schimmer als work ist hier mit drin einfach dass er ein bisschen gediegener ist das ein bisschen erwachsener aussieht als beispielsweise danny und CEO die ich euch gleich zeige weil die freude die hams in sich und ich packe euch noch mal daneben community community ist das perfekte braun um ein ton abzudunkeln ein super matter schokoladiger ton sehr weich sehr 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 matt er hat so einen leicht kühleren unterton dass ideen auch als augenbrauen produkt benutzen könnte ich trage tatsächlich auch community und signature immer in kombination auf meinen augenbrauen es funktioniert damit perfekt wenn ihr meine haarfarbe habt ich wollte dass ihr alles damit machen könnt ihr könnt die farbe einfach sogar als lipliner benutzen aber ich will euch gar nicht zu viel verraten weil ihr selber mit der palette spielen sollten wir seht es auch in den nächsten tagen ich zeige euch was ihr mit dieser palette alles machen könnt und das ist mir so so wichtig gewesen dass ihr mehr damit machen könnt als nur eure augen schminkt das ist eine multi tool palette wir machen weiter mit thank you next das ist so ein ganz 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 zarter ich nehme noch ein bisschen der sehr sehr hell schöner rosé ton hat jetzt fast dieselbe farbe wie man als weil ich so aufgeregt bin perfekt als blush perfekt als powder lips produkt einfach dass ihr auch so einen romantischeren look haben könnte ich wollte euch einen grünen braunen knalligen dunklen roten und einen romantischen ton mit reinbringen wir haben die farbe danny danny ist eine texturierter ton der so ein bisschen in die glitzerige richtung geht der sieht als topper shade perfekt aus er kommt in der kamera leider nicht so rüber wie gewollt damit habt ihr wirklich so ein ja so ein multidimensionalen schimmer effekt es ist eine ähnliche farbe wie thank you next nur noch mal als schimmer ton dass ihr immer so eine zweier kombination auch machen könnt und denn hier hat sich die farbe tatsächlich auch selber ausgesucht habe ihn gefragt schätzelein sucht ihr eine farbe aus er wollte genau diese habe ich wusste es und das ist die farbe denn und wir haben die farbe ceo und ceo ist von der textur her wie 1806 aber wie flüssigmetall auch hier noch mal eine ganz andere textur die noch mehr reflektion mit drin hat ihr seht ein sehr glitzerigerer topper ton der in der kombination vor allem mit diesen dreien perfekt ist wir haben die farbe cis cis ist ein hot hot red das ist ich hatte die inspiration marilyn monroe lips als lidschatten und das ist dabei rausgekommen der hat so einen richtig schönen warmen unterton dass er auch wieder perfekt zu truf passt dass ihr perfekt schuf mit ausblenden könnt und wenn ihr den auf eine feuchte base setzt freunde ihr habt schon fast ein richtig schönes neon rot genauso wie left on red kleines wortspiel ein richtig schöner burg in die ton der in die rotwein richtung geht der einfach auch wieder perfekt zu danny und fängt und next passen sollte und das ganze wieder in diese romantische richtung mit kriegt und zu guter letzt die farbe spellet das ist kein schwarz denn schwarz hatten wir schon in der ersten palette sondern das ist so ein ja ganz dunkler chocolate ton der in die wärmere richtung geht ihr könnt ihn aber tatsächlich auch wieder als augenbrauen produkt benutzen und auch diese drei kombination ihr habt in der kampagne wahrscheinlich schon gesehen ich habe sie geliebt ich liebe sie immer noch und ich glaube ihr merkt schon dass die palette wirklich ein staple für den alltag sein sollte ich wollte dass ihr sie jeden tag benutzen könnt und die töne sehen je nachdem wie das licht entfällt immer anders aus wir haben halt eine multidimension das sind ganz ganz neue texturen die ihr so vermutlich auch noch nicht gesehen habt in der drückerie und ich bin einfach super super stolz auf diese lidschatten palette und das für 14 99 selbstverständlich vegan und cruelty free alles natürlich kommen wir zur baked face palette und ihr wisst es ich liebe diesen super ästhetischen glow auf meiner haut und hier haben wir eine palette komplett aus gebackenen shades ihr habt auch hier wie in der lidschatten palette exo maxim und vier fändchen mit riesengroßen gebackenen tönen starten wir mit der farbe sunrise das ist ein sehr 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 pigmentierte highlighter ton den ihr aber nicht nur als highlighter benutzen könnt sondern auch als all over face glow dafür benutze ich am liebsten den großen powder brush einfach rein und komplett übers gesicht ich swatchen euch einmal hierhin dass sie ihn sehen könnt das ist ein sehr schöner nicht glitzeriger schimmerton also ihr habt eine sehr weiche schimmernde formulierung und die nächste farbe ist für alle die nicht so gerne schimmernde blushes tragen aber trotzdem diesen baked look effekt haben wollen das ist recht selten dass man das findet das ist die farbe amore amore hat meine lippenfarbe und ist ein richtig schöner matter gebackener ton der sehr sehr pigmentiert ist ihr könnt diese palette auch als lidschatten palette benutzen das funktioniert phänomenal gut es gibt aber noch eine weitere farbe und ich wollte dass egal welche hautfarbe ihr habt diese palette benutzen könnt deswegen habe ich auch noch beach vibes mit reingenommen ihr seht gleich den unterschied der ist wesentlich heller und hat einen richtig schönen goldenen schimmer effekt mit daneben deshalb von der formulierung her noch mal ein bisschen anders als amore aber trotzdem einer meiner liebsten blushes er war und der nächste ton ten lines ist ganz besonders je nachdem welche hautfarbe habt könnt ihr damit verschiedene sachen machen ihr habt einmal entweder einen richtig schönen dunklen highlighterton oder ihr benutzt ihn einfach als bronzer oder bronzer topper das sieht man auf meiner hautfarbe jetzt an meinem arm nicht so auf dem gesicht ist der wunder wunderschön er ist nicht zu warm er ist nicht zu kühl ihr könnt ihn als highlighter als finishing powder je nachdem welche hautfarbe habt oder wirklich als all over bronzer benutzen was ich am liebsten mache ich gehe einfach in alle vier farben ein bisschen mehr in tan lines und dann dass sich das hier einfach so ein bisschen rüber und habe diesen sun kissed bronzy goddess look und ich habe es ja immer gesagt ich möchte aussehen als wäre ich frisch aus dem olivenöl mehr empor gestiegen und das schafft ihr mit dieser palette ihr habt matte shades ihr habt zarte schimmertöne und wirklich die perfekte grundlage für diesen wet skin look oder um einfach eure haut noch das gewisse extra an glow zu geben ihr habt auch eben schon gesehen wir haben zwei brushes einmal den cheek brush der perfekt auf eure wangen passt und den face brush mit dem ihr einfach über euer komplettes gesicht gehen könnt ihr könnt damit euren liebsten bronzer auftragen könnt damit eure highlighter übers gesicht auftragen und wie eben schon gezeigt ich gehe einfach in die palette rein und gehe überall rüber und habe dann ein so schönes gesundes soft glow frisches olivenöl mehr finish und ich wollte unbedingt noch ein lippenprodukt mit drin haben und kein matten liquid lipstick ich wollte keinen klassischen lippenstift ich wollte etwas was ihr jeden tag benutzen könnt und rausgekommen ist der catrice und maxim lipglace in der farbe tesoro tesoro ist ein ganz 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 zarter ton der so ein bisschen in die alt rosé richtung geht ein ganz romantischer newton und ich trage ihn noch mal ein bisschen über meine lippen auf ihr könnt ihn einzeln tragen ihr könnt ihn auf euren lippen mit lippenstift mit liquid lipstick tragen oder mit einem augenbrauen stift so wie ich es heute gemacht habe ich benutze dazu immer den clean id pencil von catrice oder den kajal aus der neuen kollektion sagt ihr schon oft gesehen einfach um diesen natural lip look zu haben und je nachdem für welchen look ihr euch heute entscheidet könnt ihr mit dem lipglace alles machen mir was wichtig dass wir eine recht kompakte größe haben dass wir einen kleinen applikator haben dass man nicht zu viel aufträgt ich mag es nicht wenn man so lipgloss rauf und dann hast du überall lipgloss und ich wollte dass ihr es präzise auftragen könnt es gibt nämlich für mich nichts schlimmeres als lipgloss im mundwinkel und mit dem applikator könnt ihr wirklich die genau richtige menge auftragen um ein natürliches finish zu haben ihr könnt das produkt aufbauen könnt immer mehr benutzen und dadurch wird natürlich die der kraft auch immer wieder höher ich wollte aber dieses komplette schema haben dass man auch hier das ist meine farbe ihr kennt mich mittlerweile die letzten lippenkombinationen die ich in den letzten monaten benutzt habe war tatsächlich immer dieser lipgloss und ihr habt so oft danach gefragt weil er so ein glaze ist es ist nur so ein hauch an farbe nur so ein hauch an gloss und gibt euch einfach ein super frisches finish auch im lipgloss ist hyaluronsäure und vitamin e mit drin und es gibt euch einfach noch mal so ein richtig schönes gefühl auf der haut ich habe leider nicht genügend hände aber ihr habt mit sicherheit schon ganz ganz viel davon gesehen freunde das ist meine kollektion maxim giacomo in colors am mittwoch zeige ich euch alle informationen nochmal hinter den shades hinter warum habe ich das ausgewählt warum sieht es so aus warum wollte ich die farben so haben wir haben das ganze per kamera begleitet katrice und ich separat auch nochmal ihr seid mit content auf jeden fall versorgt dass ihr versteht wie wichtig mir diese kollektion wirklich war und auch noch ist weil das das bin ich in farben ich wollte mich verewigen in ein produkt was ihr jeden tag benutzen könnt ich bin so so stolz darauf ich habe schon die ersten reviews gesehen und die ersten kommentare die ersten bilder und ich bin sehr 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 glücklich freunde die kollektion ist ab sofort eigentlich überall wirklich überall erhältlich manche waren schon ein bisschen früher da manche kommen immer ein bisschen später aber online sind die produkte alle überall erhältlich wo ihr nur denken könnt ich bin super super happy vielen vielen dank dass ihr mir diesen traum ermöglicht dass sich euch produkte schaffen kann die einen mehrwert für euch haben die perfekt harmonisch jeder und jedem von euch passen und ich glaube das haben das katrice team und ich wirklich in dieser kollektion fantastisch gemeinsam hingekriegt die kollektion maxi und jockum wicks katrice ist jetzt überall erhältlich vielen vielen dank ihr süßen mäuse passt auf euch auf und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal